Gibt es im Jahr 2024 eine Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja oder Sie kennen das Thema Energiepreispauschale bis 300 Euro. Das war ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema im Jahr 2022-2023. Da ging es munter drauf los, auch bei Rentenbescheid24.de. Wir haben da hunderte von Anfragen bekommen. Wir haben viele Beiträge veröffentlicht zu diesem Thema. Und das Thema Energiepreispauschale ist ja nun aus unserer Sicht komplett erledigt und durch. Das Einzige, was noch bis Ende 2024 interessant ist, ist die sogenannte Inflationsausgleichsprämie. Das hat aber nichts mit der Energiepreispauschale zu tun. Ja, und ich habe heute, Peter Knöppel, am 28. August 2024 eine Anfrage via Mail bekommen. Hallo und guten Tag. Es kursieren im Netz viele Gerüchte. Natürlich ist nicht alles wahr. Ich lese das gerade mal vor. Nun meine Frage. Gibt es 2024 auch eine Energiepauschale für Rentnerinnen? Fragezeichen. Wie ist der technische Ablauf? Wie gehabt über die Rentenversicherung? Familie sowieso. Ich werde den Klarnamen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Nein, meine Damen und Herren, da können Sie sich also mal entspannt zurücklehnen. Es gibt nach meinem Kenntnisstand im Jahr 2024 keine Energiepreispauschale, wie sie in der Vergangenheit existiert hat. Das Thema ist durch. Alles, was da im Internet an Gerüchten kursiert ist oder wo es Andeutungen gemacht werden, ist alles, naja, nebulös, Fake News. Wenn es solche Dinge geben würde, würden wir davon berichten, dann auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen in der Hand haben. Aber eine Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, über die wir uns alle sicherlich sehr, sehr freuen würden, wird es im Jahr 2024 nicht geben. Die ist auch überhaupt nicht geplant. Denken Sie bitte daran, was es schon für Schwierigkeiten mit dem Bundeshaushalt gab und welche Änderungen und Kürzungen es im Sozialetat gegeben hat. Also, das können Sie komplett streichen. Es gibt keine Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2024. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.